So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist Jonas, den habe ich hier versteckt und umhüllt, dass ihr den nicht seht. Hab den mir trotzdem hier umgebunden, das machen Väter nämlich so. Und passend zum Thema Jonas haben wir heute die Oster Kinder Cola. Macht garantiert keine schwarzen Füße, steht da drauf. Kinder Cola ohne Koffein, ohne Süßstoff, mit Zitronensaft. So sieht das aus, sehr lieblich, sehr kindgerecht. Hat willst du auch gleich einen Schluck? Spaß. Wir wollen jetzt mal testen in dem kleinen Berliner Luft Gläschen. Und dann den Rest einfach in uns reinkippen. So, Berliner Luft Gläschen. Ich weiß nicht, schmeckt bestimmt fast wie eine normale Oster Cola. Sieht auf jeden Fall so aus. Ist ja aber ohne Koffein, ohne Süßstoff, aber mit Zitronensaft. Mann ist das laut, wenn ich so rede. Das kennt ihr gar nicht hier. Mit Cola hat das nicht viel am Hut. Schmeckt aber irgendwie ein bisschen Zitronig. Aber für Kinder bestimmt genau das Richtige ist. Nämlich süßes Limonade, eisgekühlt, was Süßes für die Kids. Was gut aussieht, schön bunt. Und um sie mal an die Cola ranzuführen, würde ich sagen, kippen wir uns das jetzt rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis ihr euch den Peace out vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses. Sil smitten. So 1 verarsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. grande revenir mir. 모 quest es